21 Wolle, das reicht erstmal. Wenn nicht, hier ist Bohren anscheinend ganz viel Schaf. Da sitz ich, ich sitz hier einfach in Warpantien, dann muss ich hier... Könnte ich dann ja auch Schneebeln oder so was holen. Ich baue jetzt endlich mal eine Hütte, wo ich jetzt auch noch verdorben habe. Und ich muss mir nicht ververgockt, mir eine Hütte zu suchen. In so einen Busch gehen. Hier sind auch noch Pumpkins. Bring mir mal ein paar mit, ich weiß wie man Kürbiskuchen macht. Wie Kürbiskuchen viel? Mehr als Rindfleisch. Cool. Wollte ich mal machen? Ah ja, stimmt nicht. Ich hab 13 Kürbisse. Was wollte ich jetzt noch mal machen? Ach, fuck. Und mein Inseltagsfall. Trust with great force. Mein erster Setzling. Okay, drei Handsetzling. Soll ich Eisentür oder Holztür machen? Auf dem Eisen. Holztürn können die Zermis kaputt machen. Ja, da leisentürn kannst du dafür aber nicht mit Recht gekauft machen. Ich brauch später einen Zahnung meiner Hausaufgaben. Das bringt eigentlich nicht so viel. Ich hab hier eine Druckplatte. Über den Zaun können die nicht drüber. Nee, komm, der Knopfmarscher Stein, den sieht man besser. Ja. Ein abbast. Ich hab 31 Fichtenholz. Ich hab 31 Fichtenholz. Und okay, schau, das hab's dir hier. Ja, mach's dir. Alter, den Haus sieht das aus. War so viel Fichtenholz hier. Du meinst, das weiß, ich hab an und angebaut und abgebaut. Tricksack. Ich verkeh mich mal die Nacht über den Einfluss in den Häuser. Oh, geil. Wenn du den in der Mitte machst, gehen beide Türen gleichzeitig auf. Wie jetzt? Ach so, ja. Du hast auch zu viele Packer in Justin. Glaub ich auch mal. Ich habe das Zeug für ein Feuerzeug dabei. Fiktik. Was wollte ich jetzt noch machen? Ich bin jetzt erst mal da stehen. Genau da. Bleib da stehen. Ich bin jetzt in der Hohle Steinhaus des Wests. Schattenbett, ja, Warten, die Gäste und ich aus dem ersten Kanzler mitfragen. Anliegen uns alle Krattenstätts. Nö, kein Spiel, aber noch nicht. Spät. wer hat ein Kieper nicht wichtig ist kurz vorhanden das weichste ja war ich nicht kurz und so warte ich muss auf die Scheibe noch einbauen in der Welt wer das Ziel ist weiß ich nicht das hast du eben schon mal gefragt das ist etwas Schaden wer liegt bei der Sender Böckner in Betten wenn ich mich nicht überrascht ich möchte nicht mehr das ist ein Weg gemacht nicht in einer geschlagen von daher was so ist durch Backezahler reich das wenn Paar schlafen wenn zwei Schlafen wenn die Überzahl schlägt wenn mehr als die Hälfte schläft Oki war nicht gesund kann ich vom Haus kann ich für warum kann ich Spinnenaugen essen du bist auf jeden Fall vergiftet ich weiß nicht dass es sind jetzt auch auch klar ist klar der stirbt nicht mit der Wund Volker heißt Grieber und der Scheiß er mit Klassik 6 es ist das war der Brummenbär doch ein wenig wie bekommt er noch sie sind in Wiener von Bruno Krippel das kommt die Welt verlieren ganz normal hier m das muss gleich am A wenn der Liederlösen ganz ohne vier Anfragen Ah. 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 Oh, frei. Das ist so gut. Das tut gut. Oh, breit warm. Dank der Mist. So, jetzt noch einen Dschungelbaum fällen und dann habe ich alles zusammen. Den Boden. Hey, dann habe ich den Boden und die erste Reihe Mauerscheine da. Boah, das ist wichtig. Ich habe gerade überlegt, wie ich das Dach mache. Ah, Justin, das leist du vielleicht nicht. Wir haben gestern eine Anfrage von so zwei Typen bekommen. Die wollen mit uns... ...lässt der Telever machen. Was, Telever? Vermutlich Minecraft. Ja. Haben mal geantwortet, dass wir was dann machen. Dass das Interesse besteht, haben wir geantwortet. Ich habe nichts dagegen. Ich habe einfach mal mit denen just for fun. Hey, hat einer von euch so so... ...die ersten Dinge? Ein Charming-Pelver? Nein. Ich habe außer dem 48 Leger, wenn du welches brauchst. Ich bräuchte aber Papier im Gegensatz dazu. Ich habe auch 14 Zuckerbrühe. Ja, ich melde mich gleich mal. ... 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